es ist immer so man sagt man sagt bescheid dass man aufnimmt und wird trotzdem gestört und dann zeigt man denn schon so kommt aber dann wird immer noch mehr diskutiert das so gut aus geht jetzt natürlich dachte ich kommt ein dicker naja bleibt mal da kurz alles klar muss auf die runner achten die runner musst du direkt nehmen gut den habe ich nicht gekriegt das heißt ab und weiter nach hinten ganz schön weit nach hinten dürfen wir und die neuen sind aber richtig weil im ersten teil fand ich war es zu leichter komm zu mir ach so du bist da du hast noch das ist ein bisschen viel auf schluss ich habe gesagt das ist ein bisschen das wird richtig schwer hier also so eine action hat man schon lange nicht nennen das da ist da gerade erst mal okay oder auch nicht nein 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 danke fuck it du stehst im minifeld ne der war aus der schussbahn der nächste ich muss nach das war der andere das war der große komm woran du willst denn jetzt hin man distanz du musst immer distanz zwischen die kriegen das ist das ist was denn kopfschüsse oder immer kopf er ist down nee nee der steht noch ich glaube jetzt bringt noch nichts erst wenn er wirklich so auf den knien sitzt kriegst du ok der neue boss ist übel naja gut boss ist es ja nun nicht ist eher ein gegner doch das zählt als boss das ist die alternative zu den dicken die richter automap da ja ficken wir müssen hier durchkommen wo willst du dort hin runner ich will bloß die ganz normalen zombies erstmal ja die kriegst du niemals alle down der spawnen immer neue kann er kann er ja ok wo ist er denn vor uns vor uns ganz scheiß mg von mich gib ihm er muss ja erstmal vorm mg sein ne naja er ist weg er ist weg er ist weg doch nicht er lebt doch noch da kommt er naja warte ich gehe ich gehe mit meinem maschinengewehr drauf das sollte es eigentlich gewesen sein ja ja junge hält der viel aus hält der viel aus leck mich am arsch ja aber guck mal haben wir ja trotzdem geregelt ne ja ab weiter komm komm mal da nicht hoch kommst du ja ah nice hier rein sollen wir what schließe die prüfung ab nee nee nein wo irgendwie das dumme gefühl da oben ne ach und okkulten der ist tot toll den hab ich grad mit einer kugelkamera getötet komm mal mit ah auch ne granate oder irgendwie oh scheiße scheiße auch ne granate rein granate marco ahja bin mir das bei wo hängst du wie hier ja tot ich hab gefragt wo du hängst ja hier vorne ja ich bin aber auch beim nächsten Schlagton hol mich hol mich hol mich hol mich hab dich renn weg renn weg ich kann nicht wohin 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 nein nein warum kein ausgang man das war bisschen blöd nein 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 oh ne oh ne wunderbar oh ne tu mich aber ey boah ne hab die man die so ne ne warte ich brauche das ja telefon ja wieso wieso und sollen sie so zack tot er fällt erstmal wieder auf herunter wat wer fährt oder hier da eine zombie zombie verpiss dich achso eh meinstern ich muss mal kurz mein fenster zu machen naja naja ich mach hier so so kurz mal allein in uns klein run zap du 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 ja ich bin so schlecht grad der junge wir waren kann richtig scheiße waren besserer plan für gleich da drinnen aber schauen wir mal eigentlich aus der bewegung rausschießen ich glaube wir hätten noch mal dingen zu nehmen sollen land wie besetzen ich habe gleich darüber liegt da steht ihr wieder auf nachher um raus ja ich weiß dass er wiederum steht der quagent bleibt er denn auf ein neues schießt du mal auf den großen machen wir kurz mehr die sklette weg zack oh ein schuss noch ne bisschen mehr als ein schuss ja ich hab noch ein schuss im meck so alter ich hab sie nicht erledigt ne jungen ich muss da hinten laufenden visieren ja natürlich immer aus der bewegung schießen f*** deine mutter heller äh nö bei ihr hast oft ist das denn was anderes da geht das ja da hast du ja auch ne echt immer für in der hand oh immer diese sniper nie vergesse ich jedes mal hau mal ab da hau mal ab du hau mal ab du jude so ähm tschüss so stehen sie äh da ist noch eine waren sie eigentlich ne oh jedes mal vergesse ich die sniper ne uh muni 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 jetzt bleibst wo 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 hier ist ein scheiße falscher muni nur für die pistole tete tete sowas hier doch alles klar du bleibst hier ich geh dreckern oh ja geh direkt an zum g ne du kriegst besuch ne de 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 normalerweise müsste das ja wird das mg heiß ne das ist super so erstmal die scheißten dinge da weg bolzen run doch du scheiß Typ der meine macht er ja bestimmt solange nichts von hinten kompasst hat weil ich glaube nicht dass der andere wirklich von vorne denn kommt oder gibt er direkt feuerstoff natürlich guck mal da hinten weil von hinten glaube ich kommt jetzt was ja meine Fresse du bist was mit dem er nicht Ja, aber ich dachte, das MG wird erst heiß, aber du kannst doch hier stehen und Vollgas geben. Ja, klar. There's too many of them. Sollten das eigentlich gewesen sein. Nee, der Bus kommt noch. Ach, der ist schon tot. Ist der schon tot? Natürlich. Jawohl. Ja, geil. Kaum Muni verschwendet. Ja. Hinten wird's jetzt gleich wieder interessant, wie wir das reißen. Ja. Ja, war klar, dass der jetzt noch draufsteht. Vor allem was Schlimmes auch, man hat keinen wirklichen Ausweichpunkt. Hm. Ja, jetzt wird's interessant, wie wir das wieder machen. Ja, warte mal, bevor du da rangehst. Er zeigt uns ja den Kontrollraum an. Warte mal. Ah, hier können wir landen. Hier gibt's Munition. Hier gibt's Munition. Und da drüben. Hier können wir Muni auffüllen. sein aber ich bin nicht wirklich der meinung dass man das wird wirklich mit moni mit den dingen zu machen sollten erst mal landen blenden hofer taste solche über immer ein paar landen geblendet so auch genau noch stolpert was recht auch noch einen mit so solltet eigentlich passen bei mir wollte hat den jetzt nicht einstürzen meine na egal steht direkt oben auf den der ist down nach hinten jetzt direkt nach hinten weil du hast da du hast sonst keine bewegungsfreiheit ja wie willst du das sonst machen man natürlich problem ist du musst wirklich immer laufen ich sitze schon wieder in der sackkasse sagt mir wieder fast tot nice 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 ich muss leben regnen digga sitz fest oh scheiße oh ne okay ich habe es kapiert ja ich weiß wie es machen ich habe jetzt gesehen was wir vorhin vergessen was wir vorher nicht gesehen haben es born zwei von den typen die halt die ganzen skelette und zu sporen einer vor uns und einer direkt über uns den haben vorher nicht gesehen wenn wir beide mehr oder weniger gleichzeitig ausschalten passt hat noch mal das machen naja das geht ja schnell gott sei dank ansonsten hätte ich gar keine nerven dazu weiß ja frustrierend dass ich spiel hat cod wenn ich das player nicht gerade auf der einfachsten stufe spielt ja auch für zwei stärke also zweithärtesten auch selten das ist schwer und wenn du denn da tausend mal an einer stelle verweckst hinter den bänden bahn schön von hinten hier weg konnte man von rechts oh zack wenn sie ehrlich sind wenn wir das hier so einmal verkacken habe ich keine nerven mehr ne wir haben das jetzt zweimal schon versucht alter ja na und das ziehen wir noch durch weil ich hab hier sonst den kontrollpunkt nicht mehr natürlich hast du den noch ja dann müsste ich das spiel im hintergrund laufen lassen und das wäre kacke ja ich hoffe wir schaffen das jetzt gleich natürlich passt schon oh wir verkacken es aber auch so immer ne irgendwas verkacken wir immer ah naja ja weil man vorher die dingen zuerst nicht sieht das ist ja das problem das was wichtig ist da sieht man eigentlich immer erst recht spät mal nachladen oh ein Junge der trifft den dicken nicht ne ja der ist vielleicht auch der ist vielleicht tot sache ja und der noch weg denkt rein jetzt kommt wieder ja jetzt kommt es mal wieder oben direkt mal machen wir wieder im gta bringen ja das war ja hier vor allem einer trifft mich alles mit belangen auch richtig geil zack waren sie alle ja ich geh triggern jo seit bewährung kommen erst mal wieder welche run boy run 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 alter alter er lebt ja immer noch die dumme direkt so so zack voll frei sind irgendwie gerade in der sackkasse warum das weil ich gerade nicht verlaufen habe oh ja ich bin da ich bin da oh ja so einfach linke maustaste gedrückt halten und dann passt was soll es nach auf sind ein bisschen tiefer halten damit ihr halt einfach ganz normal da rein rennen ja komm ich steff dir deinen rücken dann hinter dir ne ja ich steff dir deinen rücken dann hinter dir ne ja ja wo bleibt der große was bist du denn für einer was bist du denn für einer wir sind noch ein normaler wir sind das normale ding 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 boah nun los du dummer scheiß Tommy kommen wir jetzt mal aus der Ecke raus wo ist eine andere ach da ist er da sind ein paar runner durchgekommen ne ich wollte nur gesagt haben ja der große ist aber tot hey geh ans andere toll wenn die toll mal die letzten noch mit dem g machen alter ich will immer mit dingens ne ich hab keine sniper money mehr mir geht denn sowas ich sehe nö für null keine ahnung naja bevor wir den gehen die haben da hinten ja sniper money ich hoffe mal das wird jetzt nicht zu viel wenn wir hier kreist noch x und eine umher hier ist noch x und zombie ach da hinten wenn man hier wie ins drehen kommt nicht an und nicht dahin ach da oben da genau da steht dann auch noch eine alles gleiche woher schön ok ich mach den über mir also über den balkon wo wir jetzt stehen ja und ich nehme den anderen du nimmst den da drüben alles klar warte warte ich mach erste wache ok du gehst trackern du musst trackern ok 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 der ist noch nicht da jetzt erst nach deinem jetzt der ist auch da und ich hoffe mal wenn wir jetzt nicht nach sporen die die typen alter das war nämlich wer guckt denn da hin also ich habe da vorher das gar nicht dass da noch mal kommen ist wer guckt denn jetzt ernsthaft mal hin jetzt mal ohne witz ne da guckt echt keiner hin also keiner wäre jetzt von uns da drauf komm jetzt sogar nicht einfach mal so grad hingeschaut ja sonst hätten wir halt ja tausend Jahre hätten wir schießen können und noch und nöcher ja ja du kommst halt rein und siehst halt den ersten Balkon denkst du ja einer ne wieso auch nicht so was ist das hier oh nice jetzt kurz mal aus wie ein Schloss naja mal gucken was dazu sagen oh da bildet sich ja geil aus oh ich habe es ich habe es jetzt muss ich mit den anderen in der Führerbunker ich hoffe ich ich habe es auch nicht 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 aus wie ein Kann doch sein, weil ich jetzt halt drinnen war, in Pause im Menü, ob das weitergezählt hat. So, dann sind wir jetzt in der dritten Mission. Ich starte jetzt nochmal, obwohl, wenn ich zurück zur Lobby gehe, dann sehe ich die auch. Dann warten wir mich dann erstmal für heute. Wiege des Bösen ist denn das nächste? Oder? Nee. Doch. Doch. Fegefeuer, eins, zwei. Genau, Wiege des Bösen, Bahnhof. Turm des Höllenfeuers. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, Wiege des Bösen geht dann weiter, dann haben wir noch einen Bahnhof und dann Turm des Höllenfeuers. Ich bin mal gespannt, was da denn so auf uns noch zukommt. Das war's auf den jetzt ebenfalls erstmal und bis zum nächsten Mal. BÜß. Ja, ciao Leute. BÜß. BÜß. BÜß.